Auch für Stars macht der Zoll keine Ausnahme. Justin Bieber musste seinen kleinen Affen Melly am Flughafen München zurücklassen. Als der Teenie-Star vergangenen Donnerstag für seine Deutschland-Tournee in der bayerischen Landeshauptstadt landete, beschlagnahmten die Zollbeamten den kleinen Primaten des Sängers. Bieber hatte nämlich keine Papiere für das Tierchen dabei. Das Tierseuchen- und artenschutzrechtliche Zeugnis sowie die Einfuhrgenehmigung fehlten. Die Dokumente sind bei Reisen mit dem Tier aber zwingend erforderlich. Der Affe des Kanadiers landete daher im Tierheim in München. Üblicherweise dauert es zwei bis drei Tage, bis die Unterlagen aus den USA vorliegen. Bislang hat sich aber noch niemand gemeldet, um das Tier abzuholen. So wird Melly wohl noch ein bisschen länger die bayerische Gastfreundlichkeit genießen können.